Problemfall Arbeitszeugnis. Der Fall Nils H. zeigt, was passiert, wenn eine Klinik die Vorfälle nicht aufdeckt, sondern den verdächtigen Mitarbeiter einfach weiterlobt. Im wahren Sinn des Wortes. Anstatt ihn zu konfrontieren, legt man ihn nahe zu kündigen. Im Gegenzug wird er freigestellt, bekommt für drei Monate Gehalt, weitergezahlt und erhält ein gutes Arbeitszeugnis, mit dem er dann auch sofort eine neue Stelle in Delmenhorst findet. Das Arbeitszeugnis von Nils H. trägt insgesamt die Note 2. Das ging nicht anders, so der Kommentar des heutigen Klinik-Geschäftsführers. Das Zeugnis hält fest, dass Nils H. umsichtig, gewissenhaft und selbstständig gearbeitet und in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig gehandelt habe. Er sei im Umgang mit Menschen einfühlsam und verantwortungsbewusst gewesen und die ihm übertragenen Aufgaben habe er zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Man bescheinigt ihm wegen seiner Einsatzbereitschaft und seiner kooperativen Verhaltens im Mitarbeiterkreis und bei Vorgesetzten beliebt und geschätzt gewesen zu sein. Und zu guter Letzt heißt es, er sei auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Mit diesem Zeugnis bewirbt sich der Pfleger in Delmenhorst, um kurze Zeit später die Mutter von Claudia L. umzubringen. Dirk Denzer, der ja zum Zeitpunkt des unseligen Wirkens des Pflegers noch nicht die Leitung der Klinik innehatte, muss sich unangenehme Fragen zu diesem Thema gefallen lassen. Er sagt, die Vorbehalte, die es zum Zeitpunkt des Weggangs gegen Nils H. gegeben habe, hätten ein schlechtes Arbeitszeugnis nicht hinreichend begründen können. Es ist sicherlich so, dass viele Fehler passiert sind, viele Falsches räumt er ein, allerdings so gibt Denzer zu bedenken, habe es auch Mitarbeiter gegeben, die Nils H. verteidigt und ihn im Gutesarbeiten attestiert hätten. Es habe sogar Stimmen gegeben, die die Versetzung des Pflegers von der Intensivstation auf die Anästhesie kritisieren. Alles im Allensein nur für einzelne Mitarbeiter davon überzeugt gewesen, dass der Pfleger Patienten aktiv beschädigt habe. Um die Situation zu entschärfen, habe man ihm einen Arbeitsplatzwechsel nahegelegt. Allerdings sagt der Klinikleiter, mit dem Wissen von heute wäre der richtige Weg gewesen, die Ermittlungsbehörden einzuschalten. Nur die können so jemanden stoppen. Ein Zeugnis stoppt niemand. Die Ermittlungsbehörden hätten in diesem Fall aber auch konsequent handeln müssen. De facto ist es erst der Hartnäckigkeit von laut JL zu verdanken, dass die Behörden ihre Arbeit gründlich gemacht haben. Die Verantwortlichen in der Klinik jedenfalls, das liegen Densers Äußerungen nahe, scheinen damals der Meinung gewesen zu sein, es hätte mehrere Beweise gegen Nils H. bedurft vielleicht, war man aber auch einfach nur froh, Nils H. ohne großes Aufsehen los zu sein. Denn natürlich ist es für ein Klinikum der GAU schlechthin, wenn eine solche Tötungssahe bekannt wird. Wie schwierig es offenbar ist, in solch kritischen Situationen ein realistisches Arbeitszeugnis auszustellen, zeigt auch der Fall einer Hebamme, die sich 2016 in München vor Gericht verantworten muss. Der Vorwurf, sie habe am Klinikum Großhadern im Kreißsaal durch die Gabe Blutverdünnte mittels Schwangere während der Entbindung in Lebensgefahr gebracht. Aufgeflogen ist das Ganze durch aufmerksame Kollegen. Eben, jenige Hebamme war bereits bei ihrer vorherigen Arbeitsstelle in einem Klinikum im hessischen Bad Soden durch merkwürdiges und gefährliches Verhalten aufgefallen. Nach einem Gespräch mit ihren Vorgesetzten wurde sie zunächst freigestellt. Nach einem arbeitsgerichtlichen Vergleich wurde das Arbeitsverhältnis schließlich beendet. Entsprechend des ausgehaltenen Vergleichs mit Stillschweigvereinbarung in Bezug auf den Vorfall mit der Bar 10 NS erhielt die Angeschuldigte auch ein qualifiziertes Arbeitszeugnis. Mit der Note gut, heißt es im abschließenden und Gerichtsdokument. Obwohl der Vergleich Stillschweigen vers vorsah, ließ die Sache dem Chefkynäkologen der hessischen Klinik keine Ruhe und er informierte die Hebammenaufsicht vor Ort. Einem Gespräch entzog sich die Frau durch ihren Umzug nach München. Kurz zuvor hatte sie sich erfolgreich mit besagtem Zeugnis am Müncher Klinikum Großhaden beworben. Der Chefkynäkologe aus Bad Soden tat nun allerdings etwas, das er eigentlich nicht hätte tun dürfen. Er rief den damaligen Leiter der Frauenklinik Großhaden an und warnte ihn vor der neuen Kollegin und bat um Verschwiegenheit. In München ist man wachsam, gibt der neuen Kollegin zu verstehen, man werde sie besonders im Auge behalten. Weil genau das geschah, konnte Schlimmeres verhindert werden. Inzwischen wurde die Hebamme vor dem Münchner Landesgericht zu 15 Jahren Haft wegen siebenfacher versuchten Mordes verurteilt. Ein lebenslanges Berufsverbot wird dafür sorgen, dass sie zumindest auf einer Geburtsstation keinen Schaden mehr anrichtet. Der Fall des Krankenpflegers Nils hat immerhin dazu geführt, dass der niedersächsische Landtag einen Sonderausschuss ins Leben gerufen hat. Er soll nicht wie etwa ein Untersuchungsausschuss klären, was genau in Delmenhorst und Oldenburg passiert ist, sondern er hat die Aufgabe, Konsequenzen aus den Krankenhausmorden zu ziehen und sich für die Stärkung der Patientensicherheit einzusetzen. In Zusammenarbeit mit Professor Gunner vom Zentrum für Medizinrecht an der Universität Göttingen wurde die Sachlage analysiert. Beim Thema Arbeitszeugnis kommt der Ausschuss zu dem Ergebnis, dass das deutsche Arbeitsrecht hier eine Schwachstelle habe. Der Vorschlag des Ausschusses ist so lapidar wie unmissverständlich. Arbeitszeugnisse müssen ehrlich sein und die Qualifikation des Mitarbeiters so wiedergeben, dass es den Tatsachen entspricht. Es bedarf dringlich geeigneter Maßnahmen, damit die zuständigen Personalverantwortlichen wahrheitsgemäße Arbeitszeugnisse ausstellen. Nur so erfüllen sie ihren Zweck, dass sich künftige Arbeitsgeber auf diese Weise ein erstes zutreffendes Bild machen können. Der Fall der Hebamme zeigt, dass solche Taten verhindert werden können, wenn Informationen weitergegeben werden, ohne offen kommuniziert wird. Und wenn ein Interesse daran besteht, nicht nur Schaden von einer Klinik, sondern vor allem von den Patienten abzuwenden. In den meisten anderen Fällen hat es in den betroffenen Krankenhäusern genau an diesem Interesse gemangelt. Es spricht vieles dafür, dass in Oldenburg weniger passiert wäre und die Morde in Delmenhorst gar nicht geschehen wären, wenn die Verantwortlichen in Klinikum Oldenburg rechtzeitig und angemessen gehandelt hätten. Plädoyer für eine Systemstrukturkorrektur Das bisher geschilderte muss die Nutzer unseres Gesundheitssystems, also uns alle, zu Recht erschrecken. Die Tötungsseien an deutschen Kliniken sind sicher die Spitze des Eisberges. Doch wie bei jedem Eisberg ist das, was über die Oberfläche hinausragt. Nur der kleinste Teil laut der Studie der Universität Witten-Härtige vom Herbst 2015 sind mehr als 40% der Gesundheits- und Krankenpfleger mit ihrer beruflichen Situation unzufrieden. Wenn fast die Hälfte der Mitarbeiter eine solche Einschätzung abgibt und noch dazu über 40% der Ärzte die Belastungen an ihrem Arbeitsplatz für so hoch halten, dass sie gesundheitliche Schäden fürchten, dann kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es wäre zu einfach, wollte man die Tötungsseie persönlichkeitsgestörten Einzeltätern oder besonders unachtsamen und ignoranten Kollegen und Vorgesetzten allein zuschreiben. Ebenfalls zu einfach wäre es, die Verhältnisse in Delmenhorst-Olenburg, Berlin, Wuppertal und Söndhofen als besonders schlecht hervorzuheben. Sie sind nicht anders als Andersort. Auch Tötungsseien in Kliniken und Heimen können unter den gegenwärtigen Bedingungen fast überall basieren. Noch einmal zur Erinnerung, an keinem Tatort waren der drastisch gestiegene Medikamentenverbrauch, die deutlich höheren Sterbeziffern und die besonders häufige Anwesenheit eines einzelnen Kollegen aufgefallen. Die Zeiträume, in denen die Täter ungestört mordten konnten, betrugen bis zu sieben Jahren frühzeige Verhaltensauffälligkeiten und später als Täter indifizierten Kollegen führten nicht zu Mitarbeitergesprächen und wenn doch, hatten diese keine nennenswerten Folgen. Tatsächlich gemeldete Vorkommnisse versickerten oder wurden nicht ernst genommen. Ein aktiver Aufklärungswille und konsequente interne Untersuchung gab es kaum. Es mag sein, dass sich einzelne Tötungen nicht verhindern lassen. Es darf aber nicht sein, dass über Jahre hinweg massive Auffälligkeiten ignoriert werden. Und es darf ebenfalls nicht sein, dass ein System, das dieses Vorgehensweise offenbar begünstigt, das seine Mitarbeiter kaputt macht und die Patienten im schlimmsten Fall einer akuten Lebensgefahr aussetzt, einfach so weiter bestehen kann. Mit anderen Worten, unser Gesundheitssystem muss sich in vielen Bereichen fundamental ändern. Wir brauchen Krankenhäuser und Heime, die dafür belohnt werden, wenn sie sich tatsächlich den Menschen und ihre Bedürfnisse widmen, wenn sie im Bereich Pflege und Medizin höchste Qualität bieten und sich nicht, wie das bisher der Fall ist, bedingungslos dem Diktat des Machers unterwerfen. Dringend erforderlich ist es neues Gleichgewicht. Die fachlichen und menschlichen Anforderungen in Medizin und Pflege müssen mit den eigenwirtschaftlichen Interessen eines Klinikums insbesondere aber mit den gesellschaftlichen Anforderungen in Balance gebracht werden. Es ist für die Versorgung der Patienten gefährlich und fachlich nicht zu vertreten, dass bei sonnenbezogenen medizinischen Entscheidungen der Budgeterfolg im Vordergrund steht, gegenwärtig beeinflusst aber vorhandene Überkapazität. Die medizinischen Indikationsstellungen etwa bei gut vergütenden Operationen im internationalen Vergleich hat Deutschland in der EU die meisten Krankenhausbetten. Im Jahr 2011 waren es 822 Betten pro 100.000 Einwohner. Der europäische Durchschnitt liegt bei 521 Betten. Eigentlich sollte man meinen, dass Deutschland damit auch bei der Versorgungsqualität Spitzenreiter sei. Dem ist aber nicht so. In den meisten Rankings liegt Deutschland aber allerfalls auf einem mittleren Platz. Das gilt besonders für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häufigste Todesursache. Tatsächlich ist der Zwang zur schwarzen Null des einzelnen Krankenhauses im gegenwärtigen System der entscheidende Treiber für die Fehlerentwicklung. Das lässt sich nur ändern, wenn die zeitjahrzehnte zu beobachtenden ordnungspolitische Selbstentmachtung aufhört und sinnvolle Planungsprozesse initiert werden. Die vorhandenen etwa 1950 Krankenhäuser in Deutschland sind nicht erforderlich für eine bessere Versorgung. Die entsprechenden Umverteilung von Personal und medizinischen Ausstattungen auf weniger Kliniken würde die Versorgungsqualität nicht verschlechtern, sondern steigen. Denn rund 25 Prozent der Kliniken sind derzeit persönlich und operativ anzureichend ausgestattet. Grundsätzlich haben die Krankenhäuser Anspruch auf Förderung der Intensivkosten durch das jeweilige Bundesland. Dieser Verpflichtung kommen die Länder aber seit Jahren nicht mehr ausreichend nach. Es gibt einen regelrechten Intensivstau. Da muss man sich nicht wundern, wenn Krankenhäuser für die notwendigen Investionen auch Mittel verwenden, die eigentlich zweckgebunden für die Behandlung von Patienten zur Verfügung gestellt wurden. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Kliniken um des eigenen Überlebenswillen Leistungen erbringen, die medizinisch fragwürdig sind. Wir sehen tadelndes zu, wie ein Konkurrenzkampf zwischen vielen einzelnen Kliniken entfacht wird, der die Versorgungsqualität zunehmend verschlechtert. Mit weniger Personal müssen mehr Fälle durchgeschleust werden, um den Fortbestand der eigenen Klinik zu sichern. Etwa 17 Millionen waren es im Jahr 2000, rund 19 Millionen im Jahr 2012. Diese Entwicklung hängt mehr mit dem derzeitigen Abrechnungssystem und den seit Jahren zu geringenen Investionskostenzuschen der Länder zusammen als mit medizinischen Notwendigkeiten. Sie ist aber offenbar politisch gewollt, denn für notwendige Krankenhausschließungen findet man vor Ort nur schwerliches Verständnis und Akzeptanz der Landes- und Bundespolitiker, der in seinem Wahlkreis eine Krankenhausschließung nicht verhindert, dürfte schlechte Chancen bei der nächsten Wahl haben. Deswegen überlässt die Politik die Schließungen lieber dem Wettbewerb, den Markt. Am Ende dieses mit Krankenkassenbeidrängen und Steuermitteln finanziellen Verdrängungswettbewerbs werden Krankenhäuser schließlich müssen, äh, äh, sorry, werden Krankenhäuser schließen müssen, weil sie in die Pleite getrieben wurden. Bis dahin allerdings wird man Unsummen für bauliche und operative Aufrüstung ausgeben und dafür auch Betriebsmitteln zweckentfremden, die dann für eine angemessene Personalausstattung fehlen. Diese Personalknappheit wiederum führt zu Qualitätsverschlechterung, zu Überforderung und schließlich zu Resignation bei den Mitarbeitern. Auch die Auflösung der starren Grenzen zwischen dem stationären und dem ambulanten Bereich würde die Versorgungsqualität verbessern. Ein Thema, das politisch allerdings seit Jahren mit äußersten Zurückhaltungen behandelt wird. Erforderlich wären verlässliche ordnungspolitische Rahmenbedingungen, die das Patientenwohl zum Fixpunkt machen. Dazu bedarf es eines vom Gesetzgeber vorgegebenen Vergütungssystems, das Anreize für eine medizinisch sinnvolle, patientenorientierte Versorgung schafft. Für stationäre ambulante vernetzte Behandlungen und nicht für solche, die besonders lukrativ sind. Dieses neue Vergütungssystem müsste Anreize setzen für Qualität. Für gute Ergebnisse im Moment werden die Krankenhausleistungen etwa bei Operationen unabhängig von der Qualität vergütet. Obwohl wir bereits jetzt wissen, dass Kliniken mit hoher Rentabilität häufig unter durchschnittlicher Qualität abliefern. Unser kaputtes Gesundheitssystem bedarf also dringend der Reparatur. Ohne gravidierende Kurskorrektoren wird es zu einer weiteren Erosion der Versorgungsqualität kommen. Ärzte und Pfleger werden nicht mehr in der Lage sein, selbst eine gebotene Minimalversorgung zu gewährleisten. Und schließlich dürfen noch mehr Tote zu befürchten sein. Trotzdem wollen wir optimistisch sein. Wir alle haben ein Interesse daran, dass sich das System wieder unserer Gesundheit verpflichtet. Dafür sind viele Schritte nötig. Der allererste ist der folgende. Das System darf sich nicht länger an Fallzahlen und Liegedagen orientieren. Das ist die Basis und wieder den Menschen ins Zentrum der Medizin zu rücken. Darauf aufzubauen müssen weitere Korrektoren vorgenommen werden. Weiterführende Überlegungen dazu haben wir in einer Art Forderungskatalog zusammengetragen. Das ist die Basis und die Basis.